Um in Apple Mail E-Mails aus dem TUM Exchange Postfach abrufen zu können, muss zuerst ein Exchange Account angelegt werden. Hierzu schaltet man zuerst das iPad ein, öffnet dann Einstellungen und geht hier auf Mail, Kontakte, Kalender. Hier wählt man Account hinzufügen. Aus den angezeigten Account-Typen wählt man Microsoft Exchange. Nun gibt man seine E-Mail-Adresse an, die man im TUM Online für das Exchange-Konto ausgewählt hat. Die Domain heißt ADS. Alle drei großgeschrieben, also Groß A, Groß D, Groß S. Der Benutzername ist die eigene LRZ-Kennung. Das Kennwort ist das TUM Online-Kennwort, welches ich jetzt nicht öffentlich eingeben werde. Die Beschreibung bezeichnet den Namen des Postfaches, wie es später unter Mail angezeigt wird. Wir belassen das jetzt einfach mal bei Exchange. Dann geht man auf Weiter. Es erscheint nochmal ein zusätzliches Feld mit Namen Server, in welches man xmail.mwn.de eingibt. Man geht wieder auf Weiter und kann nun auswählen, welche Dinge man synchronisiert haben will. Natürlich Mail, seine Kontakte, Kalender und Erinnerungen. Wir wollen jetzt nur Mails synchronisiert haben, wählen alles andere hierfür ab. Dann geht man auf Sichern und es wird das Exchange-Konto eingerichtet. Unter Mail kann man sich dann überzeugen, dass das auch funktioniert hat. Um diesen Account wieder zu entfernen, geht man wieder auf Einstellungen. Wählt den Account, den man entfernen will, aus. In dem Fall den Exchange-Account. Und geht auf Account löschen. Nach der Bestätigung ist der Account entfernt. Gut.